ja hallo lieben wir reden heute über einfache ja energiefreies dating die du also die dann dating ganz einfach machen kannst ohne zumindest jetzt diesmal aus der sicht des mannes aber gilt letztlich für frauen genauso genau heute was ganz wichtig ist heute ist singletag betrifft vielleicht viele die das video gucken deswegen habe ich mal zwei kurse zusammengepackt also meinen datingkurs für männer wie für frauen sind auch beide drin und den großen polaritäts kurs die kosten zusammen eigentlich 194 gibt es heute zum für 99 euro nur heute auf meiner website ich packen link hier noch mal drunter aber findet es uns auch ganz oben auf der website auf so einem banner ja genau von einem mann geschrieben hey christian dank deiner kurse bin ich gegenüber ungesunden dating prozessen definitiv sensibler geworden doch gerade befinde ich mich in einer komischen situation ich bin mitte 30 und date eine frau mitte 30 es fing schön an mit unserem ersten date eine woche später hatten wir ein zweites date plötzlich veränderte sich die art wie sie schrieb da ich meiner therapie gelernt hatte situationen anzusprechen hatte ich jetzt gemacht und sie entschuldigte sich ja jetzt gibt es halt einen großen unterschied also ich es wunderbar setzt das alles um was hier in therapie gelernt habe nur man muss halt dating prozess ist halt was anderes also vor allen dingen möchtest du dann nicht irgendwie ich mal sagen nervig erscheinen oder willst du also willst du nicht schon eine paar therapie machen bevor du überhaupt ein zweites date hattest und also wenn du meine dating kurse sklavisch anwendest passieren solche situationen einfach nicht weil weil du einfach auf sowas scheiß am anfang du machst einfach ein date nach dem anderen ich sag aber mal weg vom handy das sind diese ganzen sachen wie das auch so schwer zu verstehen wie wie viel soll sie auch schreiben wenn ihr euch einmal gesehen habt du willst so ein schneeball effekt haben dass dein date ja dich immer mehr will und immer mehr sich auf dich einlässt dazu muss es aber so muss die frau in ihrem tempo auf dich zukommen dürfen und nicht gleich probleme haben nur weil sie mal zu wenig geschrieben hat so ne also wenn daraus dann irgendwann mal ernsthafte probleme entstehen alles wunderbar aber deswegen sage ich immer klar du du sagst sie ja hey machen wir ein nächstes date ja dann und dann einer woche festes date feste zeit fester ort alles ist abgesprochen weg vom handy nicht mehr schreiben weil da wie viele habe ich diese ganzen sachen diese diese elenden das ist er hat sich gerade so geholfen in e-mails diese brieffreundschaft sachen sage ich mal die wollte alle vermeiden weg vom handy wenn sie dann nicht kommt zum zweiten date okay das was anderes aber ansonsten weg vom handy gar nicht mehr schreiben treffen ein bisschen geheimnisvoll sein dadurch dass du nicht geschrieben hast nächstes date gehst nach hause zwei drei tage spielst du der straße wie war es war cool ich will dich wiedersehen und irgendwann fängt die frau an dir zu schreiben als erstes und dann machst du einfach direkt das date aus wenn die frau dir geschrieben hat das ist so dating in der polarität dass sowas wollen wir alles nicht haben also ich verstehe das dass das dass du jetzt sachen ansprechen willst dass es auch ganz vielen situationen vor allem mit leuten du lange kennst mit mit familie oder freunden oder einer langen beziehung alles gut ne auf dem date halte ich da nicht viel von sie hatte viel auf der arbeit zu tun das brennen allen ecken so jetzt fühlt sie sich schon schlecht hat sie schon angst dass du nervt so ne und dass das gerade wenn die frau dich nur so grad so gut findet dass sie sich gerade ich gerade noch datet und du nicht in zehn von zehn bist für sie darfst du sich solche fehler nicht machen ihr war das nicht aufgefallen okay dann merkte ich dass unser dating prozess stagnierte ja das sind alles sachen ich meine ich ich war also ich rede ja oft über progression aber ihr habt euch noch gar nicht groß gedatet und wie gesagt so wie ich das sage muss auch keine gedanken darüber machen du hast das nächste date abgemacht und dein leben geht weiter du musst dir nicht schreiben wie gesagt wenn sie nicht kommt ist was anderes wenn das nächste date erst in zwei wochen ist ja egal also sie hat ja auch nicht committed oder irgendwie sowas du kannst machen was du willst dass sie das aus dem kopf rauskriegt dass es so nebenbei läuft und keinen ärger macht und sie fühlt sich dann auch frei und gut es entstand keine nähe sie brauchte zeit um vertrauen zu entwickeln sie hatte schon mal ein stalker ja es kann natürlich auch sein dass auf ihrer seite da auch irgendwelche issues sind sage ich mal aber gerade wenn sie schon mal ein stalker hatte ist jemand der ihr tendenziell ihr so ein bisschen auf die nerven geht so warum treffen wir uns nicht warum treffen wir uns nicht das löst schnell alarmstufe rot aus das ist alles was ihr nicht haben wollt das will keine frau dann entwickelt sich der eindruck bei mir sie wolle sich gar nicht mehr unbedingt treffen und sie eigentlich kein interesse hat auch das sprach ich an was brauchst du nicht ansprechen ist es date um date so was was soll da passieren so ne also du machst ein date aus so wartet bis also sagt die ersten drei der jetzt muss der mann machen so die lässt sich ein offen der die hat ein schönes day du denkst gar nicht weiter darüber nach du schreibst sie wieder oder sie schreibt als erstes dann machst du sofort ein date aus dann wieder weg vom handy so gibt es überhaupt keine egal wie viel zeit zwischen den der jetzt ist wenn die dates an sich schön sind gibt es überhaupt kein problem wenn du die der jetzt an sich jetzt nicht schön findest ja da brauchst du ja auch nicht weiter werden aber gut muss machen also ich halte von solchen gesprächen am anfang eigentlich gar nichts so auch da sprach ich an das ist halt so unpolar wenn man sagt hast du kein interesse mehr an mir also ich sage ja immer träge halt jetzt wieder schon wieder was würde james bond machen ja ich weiß es ist eine kunstfigur ja trotzdem könnte es auch irgendwelche anderen leute nehmen würde der sagen ist kein interesse mehr mehr wenn die frauen nicht mehr treffen wir dann trifft sie nicht mehr dann trifft er halt die nächste frau oder vielleicht hat sie in einer woche lust oder in zwei wochen oder drei wochen interessiert ihn alles nicht das ist er macht sein ding und es halt nicht nie die so wirkst du halt schnell nie so schätze es sehr dass ich es ansprach und wir hatten unser nächstes treffen ja was soll sie auch sagen ich finde es doof wenn du weiß ich nicht wenn wenn du sagst was du denkst oder so das sagt man ja auch immer so ja man spricht alles an und das ist ja auch richtig so aber erstmal wird ich nicht attraktiver machen hundertprozentig nicht werden das treffen am nächsten tag ich fühle mich wohl mit ihr wenn wir zusammen unterwegs sind ja das reicht doch das muss reichen es muss reichen dass du dich auf dem date wohlfühlst was zwischen den dates ist völlig uninteressant doch ich steige einfach nicht durch bei ihr eben deswegen ich kann immer immer wieder sagen haltet euch einfach an die sachen dann steigst du eben nicht durch ja also frauen sind auch emotionale als männer häufig so wenn dann könnte vielleicht genau sagen warum sie irgendwas machen oder nicht machen frauen können das manchmal nicht sagen ja und solange sie dich datet und ihr vorankommt und der sex gut ist darauf geschissen oder küsse küsse gut sind oder wo auch immer ihr seid ist doch egal im laufe der woche fragte sie nach dem nächsten red worauf sie antwortet ich solle mehr piano sein soll nämlich nicht an nach dem wort date klammern und es sein treffen zum kennenlernen ja also das sagt mir du bist zu sehr auf dem gas ne vielleicht ist das nur bei dieser frau vielleicht wird eine andere anders reagieren aber jetzt kann man natürlich auch sagen keine dating progression aber ich weiß gar nicht hier in dem fall würde ich sagen du bist du bist zu sehr auf dem gas und wirkst zu needy und dann sagt sie jetzt mal langsam ne und das ist noch gut wenn sie das sagt anstatt dich einfach abzuschießen so ne mir wurde es zu viel und ich habe mir per whatsapp gesagt dass wir mir etwas unterschiedliches suchen es ist am besten wir lassen es weil wir nur unsere zeit verschwenden wenn du keinen bock mehr drauf hast hast du keinen bock mehr also das darfst du absolut machen also wenn dir das weiß ich nicht gesagt es ist jetzt eine ganz kurze e mail wenn du einfach keinen bock mehr auf sie hattest ist es natürlich okay aber jetzt kommst du irgendwie also schon irgendwie nicht 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 mehr nidi jetzt so weil du sagst nee ich habe es keinen bock mehr wirkst aber immer noch sehr emotional jetzt nicht so ne aber ich war immer noch besser als das als jetzt so warum willst du mich nicht daten das ist tatsächlich besser das zu beenden so das hat gut dann antwortete sie dass ihr interesse hat und mir sage wenn sie keins habe dass sie mir nicht schreibe weil ihr langweilig sei dass sie mir nicht schreibe weil ihr langweilig sei also sagt sie das ist ja gut dass sie hat interesse und dass sie dir sagt wenn sie keins hat okay also sagt ihr halt einfach man date mich doch einfach date mich einfach dass sie sind zweiten halb satz verstehe jetzt nicht so richtig dass sie mir nicht schreibe weil ihr langweilig sei ach so ja sie hat interesse und sie schreibt ihr nicht ja und aus langweilig sie will dich sehen dann das ist doch gut also das ist immer noch nicht tot dieser dating prozess du kannst dann immer noch weitermachen aber macht den dating kurs und halte ich eins zu eins und dass diese gespräche diese meta gespräche date sie einfach ne ich verstehe es einfach nicht zum einen treibt sie mich in den wahnsinn zum anderen zeigt sie mir dass sie auf dass sie auf ihre weise will was kann ich tun einfach ein date nach dem anderen das ist total easy die ersten drei dates schreibst du ihr was dass ich nach ein zwei drei tagen hey war cool wann hast du wieder zeit lass uns sehen dann sagt sie weiß ich nicht dann sagst du ja melde ich wenn du zeit hast fertig null energie dann sagt sie ja ja ich hab zeit machst ein date weg vom handy nächste date hangout have fun look up spaß haben lustig sein nach hause gehen rum knutschen du gehst wieder nach hause wartet ein zwei drei tage hey ich sag cool wann hast du zeit so und irgendwann wenn du sie einfach date ist wird es passieren dass die frau sich früher meldet vielleicht schon am abend oder so dass sie sagt hey ist halt toll und was ich nicht muss eigentlich denken oder so und wenn immer sich die frau meldet vor allem wenn sie sich von sich aus meldet machst du sofort das nächste data aus egal auch wenn es am abend ist sagst du ja ich fand es auch toll lass uns doch bald wiedersehen weil das ist wenn die frau sich meldet ist ein zeichen dass sie das nächste date haben will so ist total easy es ist null anstrengung und du kannst zwischendurch deine mission nachgehen wenn du nicht committed zeit kannst du andere frauen daten kannst machen was du willst ohne irgendwie eine anstrengung so ne deswegen nutzt es geiles paket finde ich pack sie unten mal rein und wenn du noch anmerkungen dazu abschreibt sie in die kommentare lasst mir gern abo da ihr reißt ja gerade richtig ab hier mit abos und wir sehen uns bald wieder tschau eben